Ich finde es freundlich gar nicht, das ist einfach mega gut. So, wo wir hin? Ah, Tony wird eh kleiner, ne? Nice! Very nice! Markier mal die Mitte! Die kriegen dann bestimmt gebeten! Müssen ihn drehen! Drehen! Baby! Fuck! Der Geländewagen, äh... Dreh dich! Dreh dich! Glaub nicht! Du darfst, oder? Oder? Absolut unauffällig was wieder machen! Mitten am Feld rumfahren, im Kreis und hoffen, dass ich irgendwie drehe! Oh mein Gott! So eine Scheisse! Wir müssen ihn in die Dreh, im Waden! Der Kack des Scheisse! Warum geht denn das nicht? Weil ihr Scheisse seid! Haha! Haha! Mega nicht witzig! Mega voll witzig, Alter! Nein! Das ist wie ich lache! Etta war! Etta war! Come on! Ah, ich steig da mal raus! Ich drehe noch, Moment! Ja, ja! Drehe noch deine Runden da! Aber fahr mich nicht dabei über den Haufen, wenn's geht! Ich leg mich da hinten in den Busch! Wie, wie er einfach so seine Runden dreht, ne? Ja, das ist von mir aus schon so! Alter, wo seid ihr? Was macht ihr denn? Er fahrt! Er fährt sich die ganze Zeit umkippen mit dem Blasen! Er klappt auch immer zu sehen! Oder was? Er fährt den ganzen Kreis, oh scheiße. Aber kein ist, dass hier keiner ist. Normalerweise schießen schon 10 Leute auf dich. Es passiert einfach mal gar nichts. Ja, nein. Schade. Wie eine Katze, Mann. Wie eine Katze fahr ich hier. Verstehst du, fast nur einmal mit dem Bug passiert das instant. Da willst du es gar nicht machen, passiert es. Genau, wenn du es nicht machen willst, geht es. Mann, ey. Ich glaube, Silencer schießt auf dich, kann das sein? Ja. Ich denke, es ist egal. Ich bin ja einfach ruhig mit der absolute Aufnahme an. Das ist ja zu geil. Wir haben es abgenommen, das kann ich nicht. Du verfickst gar nicht. Ja. Jawohl, noch immer in der Zone. Wollt ihr die Häuser sichern? Die Vierer, oder? Oder wollt ihr einfach auf dem Feld mit dem Auto stehen bleiben? Keine Ahnung. Mir egal. Ihr fahrt noch immer im Kreis. Ich liege im Busch. Die Oma sind dabei. Keine Ahnung, was er vor hat. Kriege ich dafür nicht gedreht, Mann. Aua. Aber da steht direkt vor uns ein Turm. Der ist gar nicht ein Zeichnung auf der Karte. Oder? Doch. Ich warte nur darauf, dass du mich über den Haufen fährst. Wissen du, Moment. Da lege ich neben dir, genau. Mit diesem Busch. Du musst eins mit dem Busch werden. Sei froh, du. Jawohl, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Jawohl. Nein, da steht er wieder. Oh shit, einer ist down. Komm, komm, komm. Er ist down, er ist down. Jawohl. Wolle befeiligt, weil ich bin, Alter. So, los, 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 los. Der Tank ist da. Oh, ihr seid solche Helden, ey. Ihr wollt eigentlich GTA spielen, oder so? Aber wie geile Fahrfilmeer unter dem Kreis. Er schaut zum Umfliegen und dann ist der Tanklehrer. Scheiße. Ich habe aber keinen Scope oder so, ne? Ich habe nur Red Dot drauf. Ich habe einen Zweifach halt. Lauf, lauf, lauf. Wir müssen ihn kriegen. Wir kriegen ihn doch noch, oder? Ich hoffe, aber rechts vom Berg oben kommt was. Grüne Marker sind Gegner. Auf Südwest, 240. Wenn wir Marker Gegner sind, dann laufen auch. Ich habe noch ungefähr 15 Sekunden, dann bin ich durch. 10 Sekunden für Arenasichter. Bist du im Haus drin, oder? Ja. Komm, lauf mal. Im Haus ist es safe. Einer kommt vom Berg. Einer ist am Berg. Er sieht mich. Er sieht mich. Er sieht mich. Ich habe ihm zwei Hits gegeben. Fuck, aber zu. Er muss kommen wegen der Sohn, ne? Jo, er muss kommen. Oh shit, Fahrzeug. Ja, fährt weiter. Hast du einen Koffer? Brauchst du einen Koffer? Der Fahrzeug stoppt. Ohne, ne? Geht nicht nur noch. Wursa, wursa, wursa. Auf rein. Einer kommt den Berg runtergelaufen. Oh Gott, Alter. Echt jetzt? Wo? Ha! Fuck, Alter. Weil ich mich noch anschießen musste. Der Spacke, Alter. Dieser Urso und Spacke. Ist er noch da? Weiß ich nicht. Hinter dem Hügel da, wo ich liege wahrscheinlich. Ne. Drei Sekunden. Ich bin tot. Max, überlebe! Überlebe! Drei. Eins. Vorne im Link bei uns, oder? Ich habe auch keinen Koffer mehr. Ah, ich sehe einen, glaube ich. Ja, ich sehe einen. Hast du Verbände? Ja, ich habe zwei Verbände. Mitten und...